ich weiß nicht ob das ein fake war oder sowas in richtung oder ob einer genauso heißt aber beim letzten mal habe ich habe ich ja einen getroffen der hieß nuggled also der war mit mir in der lobby da war ich aber anders lust war das eine einschusswaffe oder war das gerade nur glück zu langsam und eine schrotflinte leck mich im arsch da bin ich wieder raus kann mir jetzt jemand von der nase rumlaufen bitte wo seid ihr ach mach nischt wird die schrotflinte los ach die waffe kann man auch umschalten ok leck mich leck mich zieht der wie langsam zieht der denn what the fuck ey na gut das war offensichtlich ich hätte ihn weiter vorlatschen lassen sollen ohne zu schießen das wird um hallo komm schon das ist für mein geschmack auch ein bisschen das ist für mein geschmack auch ein bisschen das macht zwar gut damage aber bis das ding aus dem knick kommt ey wir fallen zurück neu gruppieren wenigstens au ziehen kannst du auch nicht das ist ein mg Das kann ich nicht mehr fragen, so. Ah, ich glaub das ist was neu ok. Es reicht, Rückzug, willkommen wieder. Kordiere überlastet. Aber am Anfang von der Runde habe ich immer komischerweise so einen kurzen FPS-Lags. Und sobald das in den Counter geht, läuft alles. Keine Ahnung warum, aber solange ich ingame keine Lags habe, also mitten in der Runde, geht's so. Waffenspiel! Schalte mit jeder Waffe Feinde aus, um zu gewinnen. Oh! Digga! Warum mache ich eigentlich immer den hier, wenn sie direkt vor mir stehen? Arsch! Na, Pamkan! Ich bin wieder raus. Holly! Ja, ok, dafür kann man recht. Nein, Mike, komm, komm her! Mann! Ja, der Reichweite. Oh! Oh! Ein Glück, dass ich mich drauf habe, weil... Einfach... Schellschwort hinten. Ja klar hockt sich genau da einer hin, Alter! Was sind denn... Was sind denn das für Muschis, Alter? Was geht denn mit denen? So, ein Auf-Rambo machen, das war jetzt nicht die beste Taktik auch. Ui! Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Hatte nicht mehr an, Alter! Ach, Mann! Was ist das denn? Ich hab ihn so vergesst, nicht mehr an. Hanno, mug nicht, ja? Das ist Waffenspiel, also mug nicht. Ey, ich habe kein Zielwasser gesoffen, Alter. Körb, weiße, ey. Alter, der Lack von der Waffe, ey. Wird so süß. Oh, okay. Äh, ähm. Das hat jetzt keiner gesehen. Äh, ähm. Mit dem sind Kreuzfeuer erstmal rein geraten. Äh! Ey, diese Dreischusswaffen, Einschuss, Dreischuss, Stromflitten, Schausflitten, die wäre alles schmutz, Alter. Ich kann mit den Dinger nicht umgehen. Äh. Okay. Da war ich jetzt los. Ups. Degaa. Ich bin mit euch, okay. Oh, gut. Gut, dass der so was rauskommt. Oh, ja. Oh, ho, ho. Der war schön. Der war sehr schön. Ach, der ist gerade. Alter. Warum stehen die sich immer irgendwo hin? Ja, da wird... Unsere Wicks haben den Key geklaut. Meine... Jetzt kriege ich wieder nichts hin. Ja, klar. Ziele scheitert. Melden für Nachbesprechung. Ach du Scheiße. Waffenscheiße. Schalte mit jeder Waffe Feinde aus, um zu gewinnen. Wo zum Pick kam er her? Ist das Topio hier oder was? Oder wo bin ich hier gerade? Ich habe mich auf den da vorne konzentriert und nicht auf den. Den habe ich zu spät gesehen. Ob du so Bock hast. Digga. Ey. Alter, das war jetzt aber peinlich, ey. Das war jetzt aber peinlich. Und ein Sniper. Ah ne, eine Schrotflinte ist das, oder? Ja, das ist eine Schrotflinte. Äh... Das schaffe ich doch eh wieder keinen Kill. Außer... Außer ich habe so zwei Gegner. Dann schon. Hm. Ach du Scheiße. Jetzt kommt dieses Ding hier wieder. Ui. Ach du Scheiße. Jetzt kommt dieses Ding hier wieder. Ui. Das war ein Busfahrer. Ui. Ui. Ey. Warum lädt dieses Scheißding so langsam nach, alter. Scheiß Sniper. Ey. Ich treffe diesem Scheißding nicht. Die Drecks... Ach, die Drecks haben mich auch noch gemessert. Aber ich... Danke. Das ist ein Rocket Launcher Fuji, ey. Glückwunsch. Ich kann mit Snipern und Co. dich treffe. Ey. Den hätte ich so leicht kriegen können. Mann. Ah, ja. Ey. Diga. Warum treffe ich mit dem Scheißding nicht? Diga. Warum treffe ich mit dem Scheißding nicht? Ich hätte so easy Noscope machen können, ey. Warum habe ich... Warum, ey. Ey. Hier war ich auch noch nicht. Hallo. Und der letzte Waffe. Los geht's. Der Revolver, alter. Der Revolver, alter. Nein. Nee. Alter. Was geht denn mit denen? Was geht denn mit denen? Ui. Gesandter Russisch. Okay. Die Waffe kenne ich auf jeden Fall noch nicht, glaube ich. Der Feind ist bei der letzten Waffe... los geht's ja wow gerade wo ich die kill gekriegt habe so ein scheiß alter was geht mit der camp